Sie wurden beinahe gefressen in Shaun of the Dead. Geht's nicht bewegen? Sie schnappten sich Bösewichte in Hot Fuzz. Keine Sorge, der weiß, was er tut. Und jetzt... Ich komme! ...ist das beliebteste Film-Duo der Welt. Lassen wir's krachen. ...wieder zurück. Das kommt gut, Alter! Und genießt noch ein letztes Cornetto. Fahr sofort ins Revier. Schnell! Auf dem Weg ins World's End. Wir sind wieder da! Genau wie die fünf Musketiere. Drei Musketiere, oder? Im Grunde weiß doch niemand, wie viele es gab. Dir ist schon klar, dass das ein Roman ist, die drei Musketiere, oder? Geschrieben von Alexandre Dumas. Das behaupten ja von der Bibel auch so einige. Was, du meinst, dass sie von Alexandre Dumas ist? Sei doch nicht dämlich, Steven. Die ist von Jesus. Sind wir schon da? Und ab geht's! Sie haben sich seit 20 Jahren nicht gesehen. I'm free to do what I want. Aber heute kehren sie in ihrer Heimatstadt zurück, um die ultimative Sauftour zu beenden. Das ist die Chance, endlich die Goldene Meile zu bezwingen. Zwölf Pubs, zwölf Bier. Und dieses Mal wollen sie es bis zum letzten Pub schaffen, dem World's End. Los geht's! I'm free! Kommt. Was empfiehlt sie? Bier. Davon nehmen wir schon mal fünf. Vier und ein Glas stilles Wasser. Krass! Weht mal, wer da ist. Wow, ist lange her. Gary. Willkommen. Bienvenue. Welcome. Tja, schon komisch, oder? Man kommt zurück und alles ist irgendwie anders. Ich würde vorschlagen, ihr macht, dass ihr wegkommt. Willkommen zu Hause, Jungs. Nicht wir haben uns verändert, sondern die Stadt. Was soll das? Ist schon gut, es geht nicht um Sex. Ich muss dir nur sofort was erzählen. Es sei denn, du hast Bock auf Sex, dann erzähl ich dir hinterher. Erzähl's mir gleich. Was hat er gesagt, Sam? Roboter haben Mittenhaven übernommen. Hast du ihm geglaubt? Wir sollten zurück nach London fahren. Erstens, wir sind alle betrunken. Zweitens, wir haben Blut an unseren Händen. Es ist eher Tinte. Wir haben Tinte an unseren Händen. Vom Regisseur von Shaun of the Dead und Hot Fuzz. Los, wir klettern die Regenrinne runter. Ich hab ne bessere Idee. Klettert die Regenrinne runter. Um die Nacht zu überleben, müssen sie es bis zum World's End schaffen. Wo sind die anderen? Die tun so, als ob sie dazugehören. Hallo, ich bin ein Roboter. Wir sind nur fünf Freunde, die unterwegs sind, um sich zu amüsieren. The World's End. Was zum Teufel ist das? Wir schaffen es bis ins World's End, auch wenn wir dabei draufgehen. Oh nein!